Hallo meine Lieben, ich bin Neuer Odo und wir sind zurück in Disco Elysium, einem wundervollen kleinen RPG. Die einen ist gut, das Ding ist nur lang. Und wir sind bei der Tante im Buchladen und wir haben einen Auftrag bekommen, ich hätte es nicht weg tun sollen, Investigate Dugend Commercial Area. Wir sollen da hinten drinnen suchen, was es mit dem Fluch auf sich hat. Also rein mit uns. Wir haben auch einen Schusschlüster gekriegt. Und wir dürfen jetzt nach hinten. Okay, es war tatsächlich gut, dass wir mit ihr geredet haben und es nicht einfach so aufgemacht hat. Weil... Ich glaube, da hinten gibt es eine Tür, die wir sonst nicht aufgekriegt hätten. Ghostly Silhouettes of the Hairdryers. Okay. A vagly androgynous portrait of a man. Merely looking at the unmanly haircut threatens your masculinity. Okay. Eine Tür dürfte hier also offensichtlich ein Ladengebiet sein. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Ah, wir hätten es aufmachen können. Aber wir haben ja einen Schlüssel. After exerting some force, you managed to turn the key. It's eerily silent. The door slides slightly open. Letting a draft of cold air into the room. Oh, echt jetzt? Wir lassen nicht Kim vorgehen. Bist du wahnsinnig? Wir sind der Hauptinvestigator hier. Und Bim. Sand ist stripping from a punching. Oh. Meine Kugel. Ah! Und Ball. Stairs are the dusty training equipment. It's an adventure. It's the netherworld beyond the whale. Looks like a dream for me. Yes, but no one's been here in ages. I doubt the electricity still works. Good thing we have a flashlight on us. Don't forget to take it out of your bag before we move on. Okay. An airy feeling rises in your chest. What if there's a reason why no one's been here for ages? Let's just keep going. I'm sure it's just a regular... Ich hör nicht mehr auf dich, Inland Empire. Du hast keine Macht über mich. Sounds good. Und wenn du den Ball kannst du den Botcher-Spielern geben. The poster says, Sitius Fortis. The rest is warm. Worn-out wallbars. They look unsafe. Okay. A barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. Ah, danke Visual Calculus. Oh, wir haben einen Low um das hoch zu stemmen, okay. Für mich ist es nicht mehr, weil ich Lifter bin. Nein, es ist nicht das. Es ist ein stale Ruhm von Rubber. Der schreckliche Sound von Sneakers. Dein Knochen gegen ein Mat und ein Wiesel. Dann ist das Gefühl weg. Es ist nur eine Erinnerung. Danke, Logic. Warum höre ich überhaupt das in den Empire noch immer? Eine Erinnerung von einer anderen Leben. Danke für die Ruhm von mir. Das ist mir das gesagt. Look, Kim, es ist ein Trap. No Colors auf dem Barbell. The weight may fall off. Better not touch it then. What kind of Bastard? Das ist ein Colors. Das ist ein Fabian. Actually, I don't really care about safety hazards. It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating. But it isn't. No one's supposed to come here anymore. Okay. Ja, wir machen das nicht. Ich habe keine Lust, mich zu blamieren hier in aller Öffentlichkeit. Das ist eine Physical Instrument Probe. Da habe ich nur ein Plus 3. Plus 1. Das heißt, ich habe ein Plus 4. Das heißt, ich muss ein 10 oder höher schaffen. 10, 11 oder 12. Ja, wir können uns den älteren Herren wiedergeben. Ja. Okay. Ja. Schau, haben wir irgendwas um unseren Physical Things besser zu machen? Nein. Aha. Die Horrific Nektar macht Science of Inland Empire. Das ist pretty cool. Ah. Wir haben sogar Plus 1 auf Physical Instrument. Oh Gott. Ja. Wir haben sogar nur 2 auf Physical Instrument normalerweise. Stimmt. Aber wir haben einen neuen Punkt gekriegt. Wir könnten zum Beispiel Physical Instrument Plus 1 geben. Andererseits, ich würde ganz gerne, ähm, ich würde ganz gerne auch warten. Wo ist eigentlich, ah, da ist das. Ich würde ganz gerne warten, ob ich irgendeine Probe nicht schaffe und dann dort erhöhen. Okay. Das ist ganz gut. Das ist nicht gut. Also, Minus 1 auf Visual Calculus und Minus 1 auf Authority. Wir werden das dann entsorgen. Also, ich würde etwas besseres kriegen. Das ist nicht besser. Minus 1 auf Braum auf 2 bei dir. Okay. Was macht das? Speed Gives 1 Psychology. Okay. Die 2 sind gut. Das da ist ein Schaß. Das wollen wir eher vergessen, dann später. In Wirklichkeit sollten wir es gleich vergessen, weil es gibt Minus 1 und Minus 1. Das heißt, mit dem Skill Point kriegen wir 2 Punkte hier dazu. Und wir haben dann noch wiederum einen freien Platz, weil wir irgendwas Gescheites hier kriegen. Ja, und das werden wir sicher nicht... Achso, warte mal, das haben wir noch nicht Dings, das haben wir noch nicht, ähm... Das haben wir noch nicht internalized. Nein, ach Gott. Das war ein Fehler. Ah. Ah, wir können das nur internalized, wenn da nichts drinnen ist. Ach, das ist ein Shit. Ich will das aber nachher nicht wieder raushauen. Hm. Das kostet so viele Skill Points. Na gut, ist ja wurscht. Wir brauchen das, um reinzukommen. Weil den Sprung schaffen wir nie im Leben. Na gut, zurück hierher. Aha, warte mal. Ich habe mal ein Tools, äh, Flashlight. Oh, das ist ja cool. Haha. Da, wo wir hinzeigen mit der Maus zeigt das Ding hin. Da, warte mal. Die Haulway ist blocked by old windowpanes and debris. Na gut, dann gehen wir in diese Richtung weiter. Und mit Tab. Das ist ja cool. Was ist das? Alte ausgestopfte Tiere. Wild animals stare at you in the dark stuff and mounted. Ja, das sage ich ja. Ausgestopfte Viecher. Okay, also das war ein Taxi-Dermist hier. Ein Taxi-Dermist hier. Schauen wir mal, was ist das? Airship-Rotos covered in spiel. They remind you of Blade. Oh, ein Haufen Zeug zum finden hier. War gut, dass wir runtergekommen sind. Was ist das? Naked Manneker. Also, a strange yellow color. Geld! Wir brauchen fast kein Geld. Glue velvet soft to the top. Wir brauchen wieder noch mehr Geld. Ah, wir brauchen auch einen. Wir brauchen jetzt weiter rauf. Aber jetzt noch nichts. Hören wir mal hier. Was ist das? Okay. Fortschnecht. Der Drawing. Okay. Also Avern. Wer sind all diese Kreaturen? Fantasien von einem Tortured Feverish-Mind? Eine der Welkens, unter den Rest, scheint anders zu sein. Es ist Vara Hamira, ein High-Welken. Sein Gesicht ist schwarze und schwarze wie ein Marble. Das ist sicherlich ein Welken-Supremacist. Die Note sagt, dass alle Non-Welken-Welken-Welken werden. Okay. Klingt sehr gut. Okay. Elf-Nazis quasi. An inordinate amount of time has gone into drawing these little Welken-Welken-Welken-Welken-Welken-Welken-Welken-Welken-Welken-Welken. Also, has been educational. Let's move on. Some people really like building a world, I think. Even if it's just for a game. Meta-game. Meta-game. Sort of game in game. Just look at those details. Summit-Treeford. Und für was? All gone. The photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees groaning under the snow. The entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal, d'vorg, yurts under the snow, great mammoth-like beasts of burden. All being dark and cold, this vision also feels cozy in its own way. Like egg or morphine, a much needed respite from our own world. Thank you, Electrochemistry, for your, uh... The pinned postcard reads, the heat-death scenario. A desperate fight for geothermal energy engulfs the world, as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe. Ah, Ah, schau an, es geht da um eine Welt, die im Sterben liegt. to implement it a few years ago. Okay. I failed. Keep reading what happened. As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Oh. Looks like they didn't make it. A note in the bottom left corner of the chalkboard says, see the prod schedule filament for details. Okay. The handwriting is only partly legible, but you can still make out three slogans. Call in, tune out, Wirral untethered, and heat-death of the universe. Okay. Ah. Was ist das? Ah. Ah, das ist, ähm, Oh. Aus dem, in dem die Hexe kommen soll. How do I know what Cajun mosaic tile looks like? History classes. Students with their textbooks open. Studying the roots of our civilization. Those aquarell blue tiles look beautiful in the sun. Mm-hmm. Radio frequencies, it seems. UKV 123.6 UKV 123.7 UKV 123.9 Some written notes, too sparse and cryptic. Radio frequencies for what? It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. So we are dealing with something medical here? No. This must be an elaborate piece of art, of course. Areaized Anatomy of the Curse. Maybe? You think so? The web is comprised of radio stations. All lead back to one red harp, titled The Game Master Frequency. Ah. It says This one can listen in on any station it wants. Okay. An MMO or a piggy. They must have had massive air width. These things don't come cheap. Wait. Someone very important. The leader of a massive on-air game, built by these people. A conductor for the hundreds of story threads, that pass through the Game Master's frequency. If it's a game, then who's playing? Whoever decides to call in to a call-in station, it looks like all of this is gone. Ah. Left unrealized. There's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. Ah, okay. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Okay. The cost of air width alone must have been huge. The cost of air width alone This schedule, I know Doom when I see it. The company was running out of funding. Nothing. It's just lines on marble. An echo from times long gone. Hm. No one has used the fireplace in ages. Okay. That's not true. We don't go into that yet. We'll first look at everything here. Scribble across the net, but the purpose of the most advanced RPG in the universe. That's what we should look at first. Then it would be much clearer. Ah, there was something else here. Then there's something on the back. This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. Okay. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. Okay. The radio computer. Just sitting here without anyone inside. This is the Rheem Civic radio computer. model RC-5120. Okay. Equipped with a felled mainframe and a Rheem-compatible printer. That sounds interesting. Do you think I should turn it on? We have one of these down at the station, but I never really learned how to use it. Sure. The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing for recent play-and-print keys on the keyboard. The hatch on the machine's central compartment is wide open. It's empty like a bee hive without its brood. Ah. We need something that comes into it. Oh god. The tone is terrifying. This is where the memory should go. Let's just leave it. Oh. Kim. Okay. It looks like an undercover counter-intelligence program. It's just a failed business. The only question is what the hell were they making? Yes. That is the question. It's like I think that's... Like he's ready to lay out a fine theory crafted together like a puzzle box. Yeah. Vision Gesect and It looks like one of those popular pen-and-paper role-playing games. Only these people were trying to automate it. Make it work on radio computers. Yeah. Sie haben World of Warcraft geschaffen. Fortness. How were they planning to do that? Two call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game as long as they have a two-way radio. Then there's the game master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories functioning as a master of ceremonies of sorts. Coordinating so many games would take a whole switchboard of people possibly divided into sub-frequencies. Has anyone ever done this before? To my knowledge they make automated games in Grad, Messina, Konigstein. You know places with industry. Not in Ravishal West among the ruins. Okay. Okay. Nicht bei uns. But I don't think anyone has attempted to create an inter-isola-game before. We just don't have the technology. Okay. And this was a role-playing game? Indeed. Those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the Wii World board game with heat death thrown in. Super cool. Someone should give them millions of real immediately. This game is too good to be left unfinished. What do you think happened to the company? No idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Indeed. It's ambitious and untethered from reality. But... The man tilt his head thinking insane if they thought they could do this. It was just a play to cheat money out of their investor pockets. Nah. The curse of Gotham. I see no other explanation. Nein, auch nicht. The world is cold and lonely. This would keep it company. Let's finish it. Hm. Do we have any money? Let's give them more money so they can finish it and make it even bigger. Nein, ich glaube, das wäre auch nicht so gut. Also wir könnten natürlich vier versuchen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber gut, was soll's. Ich meine, wir sind sowieso größenwahnsinnig. It's too late for that, I'm afraid. He says, looking around at the relict room, the pipes howl and the rat crosses the floor. let's keep moving. Was, was habe ich jetzt gekriegt? Noch einen Skrump? Nein, ich glaube nicht. So, da hinten haben wir noch eine Tür, die schon offen ist. Skiz with Slipstream printed on the laminated layer. Steel rotor blades bearing a Slipstream logo. Okay. Mehr Geld. Come on. Geld. Mehr Geld. Production schedule filament memory. Ah. Das ist cool. Das ist, glaube ich, für den Computer. muss sein. Nicht weiter. Na gut, dann. Schauen wir mal, ob wir das Ding da gleich reinfügen können. Boah. Sehen gorgeous. Sehen real. The cube like tris filaments feels oddly fragile in your hands. Its intricate structure covered in dust. Silvert tape on the side reads production schedule notes. This filament contains information that can be read using a radio computer. Okay. Das war einfach. Da haben wir einen radio computer. shooter. Das war. Ich habe es. Das war. Das war. Das war. Hör auf zu reden, Inland Empire, du hast keine Ahnung. Okay, was sagst du denn? Oh, Französisch! Bitte, répéte. Ist das die Produktion des Schädel? Warum hast du mich nennen, Fortress Accident? Oder bist du eine Maschine? Oder bist du жив? Ja, ich bin hier. Ich bin 74 Jahre alt und mein Name ist Yvonne. Bitte, répéte. Ist das die Produktion des Schädel? Sie répéte. Programmierende Menschen sind alle Paranoid. Okay, es sagt mir, dass du hier bist, weil Radio Computer Guys sind alle Paranoid. Okay. Aber wo bist du? Wie wusste du, wo bist du? Ich arbeite als Repeater in der East-Intel-Indien Repeater Station. Es ist mein Job, zu wissen, wo du bist, Fortress Accident. Okay. Wie für mich? Ich sitze in meinem Publikum, surrounded mit einer Wallen von Radios. Es wird nicht so leid, zu sitzen da all bei selbst? Mhm. Lonely? Warum wird es so leid? Ich spreche mit Menschen jeden Tag. Ah, okay. Gut. Also sie ist die Person, die einen mit dem anderen verbindet. That's why she does this. Now please tell me the reason for your call, Fortress Accident. The filament you have inserted into the reader. You mean the glowing thing I put inside? Ah, right. Thanks for the explanation. That was a question. Have you inserted it into the car? Yes. Good. Please repeat the password. Password? Of course it would have a password. Yeah. That's why there's a human administrator involved. You should ask her for a hint. Password? I'm really bad at password. Is it my birthday? Just please, please open it. Okay. Okay. No. A hint system is not part of the protocol for repeater stations. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder for Fortress Accident. Without filing a warrant with Lintel, I cannot give you access to this filament. Okay. I'm afraid we are not doing that, unless we want to wait for a month. Now, can you please repeat the password? Received? I will register this login attempt. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Okay. Okay. Fortress Accident, is there anything else I can do for you today? Fortress Accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. One moment. Okay. Okay. Fortress Accident SCR. Hey. This is revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Okay. That's not bad. Wow. So conceptual. Hmm. And what's that? Interactive call-in radio game. Any other questions? You hear her ask when the connection files is open. What did you call? Is that not bad? Ach so. That's all for now. Okay. Thank you. And goodbye. Bye. Okay. Nehmen wir das Ding wieder mit. Und gehen wir wieder. Ja. Gut. Wir haben hier eine Tür. Aber meine Zeit ist außerdem zu Ende. Ähm. Das heißt, bevor wir hier weiter gehen, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. We will see each other again. Bis später. Und tschüssi. Normally. But. Das heißt, wie gesagt, hier ist zwei Uhr.